Hallo meine Lieben, hallo liebe Vargen. Willkommen zum Oktober 2016 und liebe Varge, alles Gute zum Geburtstag. Ich begrüße euch an meinem Lieblingsort, dem Flughafen, jetzt heute aktuell der Flughafen Zürich. Denn von diesem Ort kommt man an alle anderen wunderschönen Orte, viel viel einfacher. Und genau, mal schauen, ob ich dann hier den Monat noch zu dringend. Und Vargen ist ein Luftzeichen, deswegen bin ich jetzt hier am Flughafen gelandet sozusagen. Und Vargen steht für Diplomatie, für Balance, für Harmonie auch. Und wie könnte so ein Flugzeug fliegen ohne die richtige Balance? Und die Vargen steht auch für die Liebe, für den Frieden und für die Schönwalt. Hi liebe Zwillinge und nun seid endlich ihr dran für Oktober 2016. Euer Teroskop. Also einmal hätten wir hier euer Wohlbefinden, körperlich und auch psychisch und so weiter. Wie geht es euch denn einfach so im körperlichen Sinne gefragt? Und da haben wir den Stern. Und ich glaube, ihr habt eine sehr, sehr weite und schöne Zukunft vor euch, was eure Gesundheit, eure Vitalität, eure Ausstrahlung, eure Schönheit angeht. Ja, ich habe das Gefühl, dass da irgendwie das Glück auf eurer Seite steht, was nämlich Vitalität und einfach auch Gesundheit angeht. Für alle, die jetzt vielleicht etwas mehr Probleme haben mit der Gesundheit, bedeutet das, dass es aber in Zukunft diese Sache sich auch wirklich verbessern kann, wenn ihr eben halt auch diese ganzen Sachen macht und unternimmt, die ihr halt tun solltet und tun müsst. Ja, für alle anderen, wo es einfach mehr um so Wellness Sachen geht, um Fitness und so weiter, ist es auf jeden Fall auch ein ganz, ganz toller Einfluss. Und psychisch gesehen, glaube ich, hofft ihr auch und eure Hoffnung ist berechtigt, dass ihr auch Glück haben werdet in Zukunft hier und es euch auch wirklich sehr, sehr gut gehen wird. Also das ist einfach so tendenziell für die Gesundheit, für die Zwillinge hier. Eine schöne Karte der Stern einfach allgemein. Dann haben wir hier im beruflichen Sektor und auch mit Geld, es kann gut sein, dass ihr wirklich Grenzen setzen müsst. Vielleicht wird irgendwie an eurem Stuhl gesägt, vielleicht habt ihr Streitigkeiten mit Vorgesetzten oder sowas. Und vielleicht muss man auch einfach mal sagen, diese Überstunden unbezahlt, die mache ich nicht. Das finde ich nicht so toll. Und irgendwie, wer macht das denn schon? Und nur weil irgendwie jemand hier nett zu mir ist und man hier so eine Kaffeetrinkerei veranstaltet, muss man auch nicht alles machen. Ja, irgendwie. Also versteht ihr, was ich meine? Schön und nett ist ja jeder. Nun ja, die Frage ist halt, wie geht es denn euch finanziell hier? Ja, finanziell ist alles einfach in sicheren und trockenen Tüchern. Das sieht eigentlich ganz, ganz gut aus. Ich glaube, viele sind dann vielleicht angestellt und haben sowieso ihr Gehalt. Und für die Selbstständigen ist das hier auch eine sehr sichere Basis einfach. Gut, dann gehen wir weiter zu den kleinen Projekten. Das können kleine Nebenjobs sein, ja. Das können künstlerische Projekte sein und einfach alles, was ihr ein paar Stunden so in der Woche macht. Und es kann auch was Karitatives sein, wo ihr selber Geld abgibt oder helft, ja. Auch unentgeltlich oder wo ihr einfach einen Nebenjob sucht oder euer kleines Projekt zu Geld machen wollt. Oder halt ein künstlerisches Projekt. Und hier klaffen so ein bisschen eure Erwartungen und die Realität völlig auseinander, leider. Ja, also es ist schon eigentlich alles da und ihr habt auch vielleicht das Talent für was Künstlerisches. Vielleicht ist die Organisation, die ihr aufbaut, auch eigentlich ganz gut in Schuss. Aber vielleicht sind hier einfach Einflüsse am Werk, die euch irgendwie so nicht gefallen und einfach nicht so sehr euch in den Kram passen, ja. Wie ist das denn mit dem Extrageld? Die Sonne. Die Sonne, aber eigentlich ist ja die Sonne hier auf den Kopf gestellt. Ich habe das Gefühl, ihr könnt hier schon Geld verdienen, auch, ja. Aber vielleicht ist das wirklich, wenn die Sonne so auf den Kopf gestellt ist, dann ist es auch ein bisschen getrübt. Und eure kreativen Projekte oder eure Kunst, ja, das ist auch wieder eine umgedrehte Zwei der Stäbe. Ich habe das Gefühl, dass ihr vielleicht aus einer Lethargie rauskommt, dass ihr vielleicht aus einer künstlerischen Blockade rauskommt und euch langsam mal wieder so Richtung Sonne bewegt, wenn ich das jetzt hier einfach mal so zusammen interpretiere. Ja, wir interpretieren das ja auch intuitiv sehr mit den Karten. Und ich glaube irgendwie für alle, die so ein bisschen aus so einem kreativen Loch da rauskommen, geht es auch wirklich so, ich sage mal, aus der Höhle dann so wieder Richtung Licht. Ja? Ja, also es ist alles da und ihr habt auch Talenten und das Ding ist halt einfach, ihr wollt wahrscheinlich viel zu viel auf einmal und das ist überhaupt gar nicht möglich. Oder Leute irgendwie, wie ist das mit Leuten im Projekt, ja. Das sind vielleicht auch sehr gute Leute hier in dem Projekt und so weiter oder was auch immer ihr macht. Und die haben auch sehr, sehr hohe Erwartungen und es kann gut sein, dass ihr vielleicht einfach noch eine Ehrenrunde braucht, um diese Erwartungen zu erfüllen. Das kann auch sehr gut sein. Karitative Sachen. Ja, das ist wahrscheinlich auch hier, also so die Gelder, karitative Sachen, wo ihr halt helft und so weiter. Es kann gut sein, dass ihr halt mal helft und mal nicht. Ja? Und das euch aber schon auch irgendwie Freude bringt. Und es ist einfach so, dass da einfach auch Leute involviert sind, mit denen man sich da absprechen muss. Aber ich habe das Gefühl, das gibt euch sehr, sehr viel Lebensfreude. Ihr könnt ganz viel Lebensfreude auch anderen geben und es kann wirklich sehr schön hier werden. Dann haben wir hier in der Liebe Kraft. Oh, Leidenschaft, Passion. Also hier sollte eigentlich sehr, sehr viel Leidenschaft sein in der Beziehung, in der Bestehenden. Aber auch als Single kann es sein, dass du wirklich leidenschaftlich sehr bist und einfach irgendwie diese Kraft auch gern leben möchtest. Wie ist das denn für die Single-Damen? Oh ja, ihr könnt jemanden finden, wo es nicht nur körperlich prickelt, sondern auch wirklich ein tiefes Vertrauen aufgebaut werden kann. Und man wirklich auch etwas Ernstes hier anstreben konnte. Ja? Also solche Leute können durchaus auch sein in eurem Leben für die Single-Herren. Das kann gut sein, dass ihr wirklich ans Ziel kommt, ans Ziel eurer Träume und auch tatsächlich jemanden kennenlernt, der euch wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und wo man auch echt eine Familie sogar gründen kann miteinander, wenn man das möchte. So Leute kann man kennenlernen. Dann die bestehenden Beziehungen. Oh, da haben wir den Tod. Ja, also da ist einfach Angst, dass irgendwie Salz in alte Wunden kommt und vielleicht werden hier wirklich Beziehungen beendet oder transformiert. Aber das wird halt trotzdem sehr, sehr liebevoll geschehen. Vielleicht kann man sich kollegial einigen. Kann sein, dass es einfach nicht mehr so stimmt und man irgendwie bestimmte Beziehungen einfach loslässt oder sich Verschiedenes verändert. Vielleicht bleibt die Beziehung auch bestehen. Und ihr geht aber trotzdem getrennte Wege auf eine Art und Weise, was ihr vorher so nicht gemacht habt. Und vielleicht werden sich da Strukturen auch beenden in dem Sinn. Oder vielleicht ist da auch wirklich ein Loslassen und eine Transformation irgendwie und in eure Umgebung gehen Leute auf eine Art. Das kann es halt auch werden und sein. Okay, wir haben jetzt hier weiter Leute in eurer Umgebung. Sex Ariel, das sind sehr großzügige Leute oder ihr seid sehr großzügig zu den Leuten. Ich glaube, das sind einfach Freundschaften und Familien, Partnerschaften und so weiter, wo ihr euch sehr gut aufeinander verlassen könnt. Das können auch gute Freunde sein und wo man sich auch mal behilflich ist, vielleicht mit Geld auch mal oder sowas und sich sehr, sehr gut aufeinander verlassen lässt hier. Ja, das sind einfach allgemein Leute. Das können Freunde, Familie sein, aber auch Mitarbeiter oder Kollegen oder so. Dann haben wir hier vom 10. bis zum 20. Oktober, meine Lieben. Wie geht es euch? Ihr fühlt euch vollkommen befreit. Vielleicht fühlt ihr euch viel, viel freier, auch nach einer Krankheit. Oder vielleicht geht es euch gesundheitlich, körperlich viel, viel besser als sonst. Und für die Gesunden bedeutet das, dass das vielleicht einfach eine Phase beendet ist, die vielleicht verschnuppt war, die vielleicht negativ war gesundheitlich. Und hier kann es wirklich sein, dass ihr auf ein sehr, sehr gutes, schönes Niveau kommt hier. Gesundheitlich vor allen Dingen. Ja, und es euch hier wirklich wieder besser geht und ihr euch echt befreit fühlt. Das kann auch alles möglich sein. Das kann auch Wellness sein und so weiter. Dann haben wir hier den Beruf und das Geld. Mäßigkeit. Ich habe das Gefühl, dass hier auch alles einfach irgendwie in Balance ist. Alles ist in Balance. Geld ist in Balance. Dieses Ambiente oder ich sage mal die Stimmung im Job ist irgendwie auch ausbalanciert. Und es herrscht einfach Harmonie. Also nichts wird übertrieben. Die große Million sehe ich nicht. Aber dafür halt wirklich ein gutes Arbeitsklima und auch gutes Geld. Es wird halt nichts übertrieben. Alles ist einfach in einer guten Waagschale. Dann geht es gerade weiter mit den kreativen Projekten. Mit allem, was ihr nebenbei tut. Der Wagen. Hier werden Gegensätze zusammengebracht und daraus können wirklich explosive, wunderschöne, kreative Werke entstehen, wenn man das macht. Wenn man echt kontrovers denkt und wirklich kreativ Dinge umsetzt und auch gerade in sich selbst Talente entdeckt und diese dann nach außen bringt. Wie ist das denn mit dem Extra-Geld? Kann sein, dass ihr Kunden findet und die euch vielleicht was abkaufen oder die euch einen Job anbieten. Das kann sehr, sehr gut sein hier. Dann, wie ist das denn mit eurer Kunst? Kann sein, dass ihr vielleicht ein kreatives Projekt hier beendet. Vielleicht kann es ein natürliches Ende sein. Vielleicht wird eine Bilderreihe fertig gemalt und ihr könnt einen Käufer finden. Das kann sehr gut sein. Auf der anderen Seite könnt ihr auch vielleicht denken, ach ja, diese Art von Kreativität liegt mir vielleicht nicht. Ich überlege noch, was ist denn da noch an Talenten in mir drin und was kann ich noch in die Welt bringen. Aber ich glaube, hier beendet sich einfach auch was. Dann karitative Projekte und so weiter. Kann sein, dass ihr da einfach mit Kindern arbeitet oder einfach gute Kontakte habt und wirklich sehr, sehr viel da macht und so weiter. Und wenn es Kinder sind, dann sind das vielleicht so wie so schwierige Kinder. Auch wenn man denen halt kein Ritalin gibt, dann kann man vielleicht auch wirklich auf Bäume klettern, was man vielleicht so schon lange nicht mehr gemacht hat. Okay, das ist natürlich für alle was Verschiedenes. Also meine lieben Zwillinge, ihr seid so viele. Bitte schaut euch auch mal das Video zum Aszendenten und zum Mondzeichen an. Dann könnt ihr euch nochmal ein viel genaueres Bild dazu machen. Dann haben wir hier in der Liebe zwei Ariel. Das kann gut sein, dass einfach diese ganze Sache hier höh und hopp geht. Also diese Lage ist extrem instabil. Mal verliebt man sich, mal schreibt man sich schon wieder nicht und so weiter. Okay, Single Ladies, was geht bei euch, meine Lieben? Ihr seid die Siegerinnen des Monats. Auf jeden Fall in der Mitte vom Monat könnt ihr eine heiße Eroberung machen und vielleicht rennen euch alle hinterher. Wie ist das denn mit den Single Männern? Ihr verlasst vielleicht ein Schiff, eine Situation und seid erstmal traurig. Ihr wisst aber, dass die ganze Sache besser ist zu gehen, als in irgendwas zu verharren, was euch einfach nicht gut tut. Für die Partnerschaften, die Langjährigen. Ach ja, ihr flirtet wieder miteinander. Ihr kommt auf ein super neues Niveau hier zusammen und seid extrem glücklich. Und vielleicht auch finanziell bringt einer der Partner mehr Geld nach Hause. Und es gibt was zu feiern. Und vielleicht leidet ihr auch Freunde und Familie ein. Das ist einfach auch schöne Harmonie hier. Wir haben hier Leute, die euch umgeben. Vier, Michael, die Leute, die sind vielleicht einfach in einer Meditationslaune. Vielleicht könnt ihr gemeinsam einen Meditationskurs buchen. Es kann sein, dass ihr vielleicht auf Partner und auf Leute zugehen müsst, weil die sich nicht rühren. Die sind einfach sehr, sehr ruhig gelegen hier. Aber es passt auch zum Job. Zum Job, da haben wir nämlich auch die Mäßigkeit. Kann auch sein, dass einige von euch vielleicht auch gar nicht arbeiten, sondern wirklich mehr so meditieren oder einfach Urlaub haben. Das kann es halt auch sein. Dann haben wir hier die letzte Zeit vom Oktober vom 20. bis Ende neuen Ariel. Ja, wie geht es euch denn hier gesundheitlich und so und Vitalität und all die Dinge? Ja, es ist wirklich so. Das kann sein, dass ihr echt gesundheitlich wirklich top seid, euch super fit fühlt. Auch die, die vielleicht krank waren oder so oder noch krank sind. Kann es sein, dass ihr wirklich auch hier eine gute Phase habt und einfach weniger Schmerzen habt und wirklich eine Hoffnung für eine tolle Zukunft habt. Und ich glaube, die ist auch in den meisten Fällen berechtigt. Natürlich, ich rede hier von so vielen Zwillingen. Ich kann da euch nicht alle, aber es sieht hier super aus. Und es sieht auch so aus, als hättet ihr hier das große Los gezogen oder als wärt ihr wirklich in der Verfassung, wo ihr schon immer sein wolltet. Total schön. Es ist sehr allgemein. Es ist eine allgemeine Legung, Leute. Das muss man wirklich immer wieder sagen. Dann haben wir Job und so weiter. Ritter Raphael. Ich glaube, die Atmosphäre im Beruf ist wirklich, wirklich schön. Ein anderes Zeichen hatte das hier auch irgendwie. Ich glaube, der Fisch. Ja, die Fische hatten das. Vielleicht, wer weiß. Ich meine, Zwillinge und Fische, die sind ja beide auch kreativ und sozial oft und kommunikativ. Und das könnte sein, dass wirklich irgendwie in vielen Berufen auch einfach Fisch und Zwillinge hier zusammenarbeiten. Und das kann wirklich eine fruchtbare, schöne und tolle Atmosphäre sein. Und ein bisschen mit dem einen oder anderen Flirt bespickt, sozusagen. Love is in the air. Vielleicht verliebt man sich auch ein bisschen am Arbeitsplatz. Wer weiß. Okay, Leute. Wie ist denn das mit dem Geld hier? Ach ja. Habt ihr was zum Feiern? Also die Kohle fließt an jedem Fall. Und es gibt was zum Feiern. Echt, das sind hier Gefühlskarten. Ich habe das Gefühl, das ist einfach so, dass wie alles da ist und ihr euch einfach freut. Denn in den Nebenjobs-kreativen Hobbys liegt hier auch Geld. Und wenn ihr da etwas im Aufbau habt, einen Aufbau im Sinn, dann ist das wirklich so, dass wenn ihr das Ding aufbaut, ihr dann halt später auch wirklich die Ernte einfahren könnt. Und hier werden auch schon kleine Brötchen gebacken. Okay? Auch so, ihr seid einfach stabil, auch mit eurer Kunst und mit den ganzen Sachen, die ihr hier macht. Und ich glaube, wenn ihr das einfach weiter so macht, wie ihr das macht, dann wird es auf jeden Fall eine schöne Sache geben. Auch später noch. Und wirklich auf stabilen Füßen stehen und auch nach ein paar Jahren noch. Dann haben wir in der Liebe, haben wir den Herrscher. Ja, ich glaube auch, ihr seid einfach allgemein irgendwie sehr stabil hier. Ich habe das Gefühl, dass alles einfach stabil auf stabilen Füßen ist. Das Geld, die Liebe und ihr euch einfach wohl fühlt. Es kann sein, dass viele von euch hier in einer Beziehung landen. Oder einfach, wenn ihr wisst ganz genau hier, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Wie weit Partner gehen dürfen und wie weit nicht. Wie ist das denn für die Single-Dame? Ja, viele Nachrichten, viele Anträge, wie auch immer. Oder viele Chancen. Ja, für die Single-Männer. Klärt sich einiges. Ihr klärt vielleicht, mit wem ihr da zusammen sein wollt. Und für die bestehenden Partnerschaften. Ja, also es ist so ein bisschen so eine Tendenz von Einzelgängertum. Es wird vielleicht nicht so richtig aufeinander eingegangen. Oder es wird so ein bisschen ängstlich so geschaut, ob man wirklich zusammenkommt oder nicht. Oder wirklich so ein bisschen sich distanziert, auch in der bestehenden Partnerschaft. Aber auf alle Fälle ist das etwas, was Bestand hat. Vielleicht müsst ihr an dem Ding hier noch ein bisschen arbeiten. Und vielleicht gucken, dass ihr die Individualitäten besser zusammenkriegt, damit auch jeder etwas davon hat, von der Beziehung. Aber auf alle Fälle ist es wirklich sicher. Ihr seid so in Sicherheit und ihr braucht eigentlich nur noch auszusuchen und vielleicht dieses Einzelgängertum hier noch ein bisschen lösen. Aber auf alle Fälle ist es hier eine beständige Situation in der Liebe. Das sehe ich hier für alle. Ja, auch für die Singles. Ihr könnt euch quasi einen Partner aussuchen, wenn ihr eine Liebe wollt. Und für die, die halt einfach in der bestehenden Partnerschaft sind, kann das einfach sein. Dass ihr dort auch bleibt, weil es sicher aussieht. Dann haben wir hier Leute in eurer Umgebung. 4A real. Die Leute in eurer Umgebung, die halten an Sicherheiten fest und klammern sich vielleicht auch zu sehr dran. Dann müsst ihr gucken, wer euch anklammert. Vielleicht ist das auch hier in der Beziehung, dass der Partner zu sehr klammert und ihr eher so ein bisschen in die Einsamkeit geht oder ins Alleinsein geht. Da muss man gucken, dass man sich wieder annähert und nicht zu sehr abdriftet voneinander. Auch wenn ihr in einer sicheren Partnerschaft seid. Diese Sicherheit kann auch ein bisschen Korsett sein, was vielleicht sich auch nicht so gut anfühlt. Dann müsst ihr gucken, wer zu sehr klammert. Es können auch Kinder sein, die sich wie nicht lösen wollen vom Rockzipfel. Und dann muss man vielleicht mal ganz sanft irgendwie die so ein bisschen Richtung Selbstständigkeit bringen. Ohne die natürlich jetzt zu irgendwas zu zwingen. Davon rede ich gar nicht. Aber manchmal kann man so ein bisschen jemanden auch dazu auffordern, etwas mutiger zu sein. Vielleicht auch auf andere Kinder zuzugehen und zu sagen, Hallo, ich bin der Max, wer bist denn du? Ja, wie auch immer. Und dann vielleicht kann man eine ganz, ganz tolle Freundin hier kennenlernen, wie die Pippi Langstrumpf. Okay, das ist eine allgemeine Legung für euch, meine lieben Züllinge. Vielen herzlichen Dank. Hallo, meine Lieben. So, jetzt seht ihr mich jetzt auch mal live und in Farbe. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mich jetzt hier zeige in meinen Videos. Ich wollte mich ganz herzlich bei dir bedanken, wenn du schon länger dabei bist, wenn du sogar auch schon Service in Anspruch genommen hast mit mir. Herzlichen Dank und cool, dass du wieder dabei bist. Also ich genieße es total für euch jetzt auch wieder weiterzumachen mit den Videos. Genau. Und wenn du neu hier bist, dann würde ich dir empfehlen auch zu abonnieren. Hier dann bekommst du die ganzen Infos über die ganzen Neuigkeiten, die ganzen neuen Filme und so weiter. dann auch per Mail oder per Nachricht zugeschickt. Ja, und so verpasst du auch nichts. Und ich freue mich natürlich total, dass noch mehr dabei kommen und über das Like auch. Ja, zur Information. Ich mache auch persönliche Beratungen. Ich arbeite einige Jahre professionell schon als Tarotkartenlegerin. Also habe jetzt eine Schulung gemacht, mache das aber schon so viele Jahre für mich persönlich, für Freunde. Und das hat dann immer besser und immer mehr resoniert. Und jetzt mache ich das auch gerne für dich als Service. Mit der Numerologie arbeite ich auch. So wie mit dem Human Design jetzt auch neu und auch mit der Astrologie. Aber ich tue das so in Beziehung und kombiniere das so, dass das auch echt auf deine persönliche, individuelle Situation auch passt. Und ich dir auch in dem Moment das beste Ergebnis liefern kann. Welches du, welches du, welches dir auch, welches dich weiterbringen kann durchaus. Ja, genau. Und ich plane hier auch noch viel, viel mehr zu machen. Also hier kommt noch Musik dazu. Hier kommt noch Kosmetik dazu. Also ich verspreche euch Leute, wir werden uns hier schon nicht langweilen. Ja. Was wollte ich noch sagen? Genau. Achso, wenn du keine Probleme hast, ich hoffe, das bleibt bei dir so. Also ich hoffe einfach, dass ihr eine coole Zeit habt mit mir. Oder auch ohne mich. Einen tollen Herbst und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.